Ich bin Adi, das ist Lego Star Wars, Skywalkers Saga. Meine Hände sind voller Kleber. Und ihr fragt euch sicherlich, okay, was ist das jetzt für eine Information? Ich bin ja in der 501. mittlerweile, also so Cosplay-mäßig, Star Wars-mäßig unterwegs. Und ich sag euch, so Kostüme zu machen und so, das ist echt herrösisch. Ja, na klar kann ich ihr helfen hier. Na dann, einmal hierhin. Naja, klar. Einmal links, einmal oben, einmal unten und nochmal oben. Zack, schon läuft die Geschichte. Hey, looks like we got it up and running. Good job. Hm, but the dish itself is a bit broken. You think you can get on the roof and fix it? Äh. Stimmt. Sende das Noting ein. Okay, die Frage ist, wie komme ich aufs Dach? Äh, so vielleicht? Äh. Ja, das ist easy. Gut, jetzt kommen wir hier durch. Hier brauchen wir einen Protokoll-Droiden. Hilft uns jetzt das hier in irgendeiner Weise? Oder mache ich das gerade hier einfach nur random? Okay, ich mach das einfach nur random. Exzellent. Exzellent. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das mit deiner Schwester zu tun hat. Aber whatever. Wie kommen wir aufs Dach? Ah, hier geht's mal. Wow. Das Spiel lädt einen echt dazu ein, einfach irgendwelchen random shit zu machen, ohne dass man genau realist, das ist eigentlich gar nichts mit der Sache, die man gerade vorhat zu tun hat. Äh, wir brauchen einen Astromag. Äh. Hä? Wir brauchen einen Astromag. Tauschen. Dürfen wir nicht. Kann ich das so machen? Aha. Ja. Gut, wir fangen mal erstmal wieder mit ganz außen an. Hallo, drehen. So. Und dann nach Ende. Zack. Geschafft. Digi. Dann können wir jetzt von einem ATM-6 fertig gemacht werden. Geil. Ja, ich wollte gerade zurück zu Finn changen, aber das Spiel hatte irgendwie nicht so Lust dazu. Bauen wir hier gerade erst noch währenddessen Salz ab? Really? Sind wir so fucking materialistisch geworden? Genau. Salz muss weg. Well. Das war ganz klar ein Stoner, der Typ. Ah, ich kann hier mich schneller fortbewegen. Scheiß auf Leitern. Uh. Da ist so ein... Der Ego-Sicht? Ehre? Das ist so ein Ding. Aber ich weiß nicht, wie ich da komme. Na ja. Da brauchen wir ein Jedi. I'm a Jedi. I'm a father before me. Äh. Kannst du das verstanden? Du musst das Salz wegmachen. Ich werde da geschafft. Salz. Okay. Wir bestanden. Let's go. Wir fallen. Also man kann über den Film was sagen, was man will, aber die Szenen waren ganz geil. Mit dem roten Zeug. Das ist das Salz. Ich weiß nicht, ob der Porg gerade so beschrieben hat. Oha. Die haben gerade einen menschenreinen Sacrificed. Die haben gerade einen menschenreinen Sacrificed. Luke. I'm sorry. I know. I'm just glad you're here. At the end. Okay. Okay. Skywalkers doing this so we can survive. Follow me. Mm-hmm. Nice. Ich hoffe, dass du erst spielen. Sehr gut. Ah, wir können sogar selber ausweichen. Sehr cool. Ich habe alles gut. Ich habe alles gut. Entstanden? Fyre! Fyre! Das ist so nett. X-Spam 2022. das wird schon ein bisschen schneller Wir versuchen, einen in den Federn zu baiten. Na, hau doch, hau doch. Komm, wir wollen keine. Noch eine. Ach ne. Jetzt noch mal ein Herzerleben zu sagen. Mua! Scheiße, Hölle. Kann ich den kaputt machen? Vielleicht kann ich mir gar nicht zuschlagen. Ich kann den nicht machen. Interessant. So, let's hit. Oh, let's hit. What's going on? The rebellion is reborn today. The war is just beginning. And I will not be the last Jedi. Learn some neutral. Hä? Okay, das war ein antiklimatischer Cut. Tötet den Wolf. Fuchs. Pie. Tötet es. Mit Klimt so schön. Was hat das denn wieder? Oh. Was sollen wir aber jetzt auch machen? so so und jetzt die nötigen teile die wir brauchen wir fahren wir den gong was brauchen wir entweder ein gesteinsbohrer oder boxer okay also wir jetzt lebe boxer ein bisschen serious angehen wahrscheinlich hier rein dabei dabei let's go das Ich kann nur so aufpassen, dass das durch alles auf unseren Kopf hier zusammengerecht ist. Ja, ich glaube, hier brauchen wir Ray's Fähigkeit. Können wir leer spielen? Nein, wir können nicht leer spielen. Gut, dann weiter hinter diesem... Oh, läuft, da ist gar ein Schoß durch. Come on, Ray. Show me your... You're a palpatee. Auch so dumm, diesen Love Blood von Finn und Ray haben sie auch komplett gedroppt inzwischen drin. Bistisch dumm. Not now. Hmm. Go away. Just... Just come back later. Thank you. No. Wow. See you around, kid. No! Es ist so dumm, dass sie ihn da getötet haben. Es ist so fucking dumm. Muss ich auch mal an der Stelle nur so mal kurz erwähnen. No fucking reason. Luke ist gone. I felt it. I felt it too. Wie machen wir eine Rebellion von diesem? Wir haben alles, was wir brauchen. Genau hier. Erstmal ein X-Wing in Millennium Falcon bauen. Erstmal ein X-Wing in Millennium Falcon bauen. Das Ende war stark. He. The last Jedi. Okay. Letten wir uns mal wieder ein hier. So, einen Jedi haben wir wie immer abgeschlossen. Das ist ja auch mittlerweile keine Herausforderung mehr. Ironischerweise haben wir keine Herausforderung abgeschlossen. Kein Minikit. Und, äh, zwei Karten. Ja, der Luke muss schon ganz nice aussehen. So das Model vom Luke. Das ist bestimmt nie ein Model. Okay. Dann haben wir jetzt The Last Jedi. Boss Awakens. Last Jedi. Dann fehlt natürlich nur noch The Rise of Skywalker. Ähm. Ja. Dazu sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dazu schaltet ihr auch wieder ein. Lasst gerne einen Like da, falls euch die... Warte mal kurz. Ah, freies Spiel. Okay. Ich hab mich ja gefragt, was das denn ist oder was. Lasst gerne einen Like da, falls ihr in der nächsten... Äh, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, falls ihr neu gesagt habt. Und bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.